Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bau unser Traumschloss mit Burggraben und Burgzinnen Leider habe ich die Befürchtung, dass unser Vorhaben ein bisschen zu groß wird Ich muss mal Treppe Hier kommt die Treppe dann Warte mal, hier ist so Gehen wir noch einen weiter, jetzt warte mal Na gut, jetzt warte mal Dann müssen wir hier noch ran Genau Ne, warte mal, ein ran, dann geht Treppe hoch, Treppe hoch Ne, wir müssen hier schon einen ran Fuck Dann muss ich die Dinger hier jetzt Sammeln Kann man die irgendwo Daweil Tut die daweil hier unten ran, damit die nicht verloren gehen Hallo Damit die nicht verlörtet gehen Oder Eine Hoch Ja, geht leider nicht anders Ne, der muss hier bleiben Ist schon richtig so Oder Ne Spinne ich jetzt? Weil ich mich jetzt vertan in den Maßen 1, 2, 3, 4 Wenn ich jetzt den da, dann habe ich Ne, wir müssen schon Die hier weg machen Hallo Moisse Wir legen die daweil da rein, damit wir unsere Ruhe haben, damit die nicht verloren gehen Die brauchen wir ja gleich wieder So So, jetzt dann Ist eine noch, oder? Eins noch weg Ich bin selber noch nicht so ganz, weiß nicht so genau wie ich es machen soll So, Kelvin, du bist kräftig am Bäume holen, das finde ich sehr gut Und Ähm Jetzt nämlich Kommt Da Ja, Data kommt hier Und Data kommt hier So Wollen wir mal ungefähr, weil es nach wo es hingeht So sind doch so Schloss, äh, Fronteingänge, so massiv Oh, Data kommt hier, na so kommt auch Genau, so wollen wir das Data, tippe Aber wie kriegt man denn diese Dinger da vorne zu? Ich will das eigentlich zu haben Nicht offen Ah, weiß ich noch nicht so genau wie ich es mache Ähm Ist schon wieder Gott, der Gott ist schon wieder Total übertrieben Kann ich hier jetzt schon? Ne, ich will eigentlich Deppeln So, da müssen wir wieder mal selber ein paar Bäume holzen Was ist das? Ich denke das ist eigentlich nicht mehr über die Räume Ich denke das ist eigentlich nicht mehr über die Räume Ui, voll auf den Kelvin! Stabiler Kelvin. So. Das war jetzt aber nicht so schlau die Treppen Wann haben wir dies? Wollt er, naja. Kelvin klaut mir die Stämme. Ist aber nicht schlimm. Ich kann ja noch von der anderen Seite rübergehen. So, dala. Dann, Bingo war sein Name. Komm ich nicht von hier? Fingo Bongo. So, das vorne soll eigentlich gar nicht zum Gebäude, das soll eigentlich so ein untenreingang sein. Ein bisschen schöner gestalten. Ah, ich bin noch, ich hab's nur so halbwegs auf dem Papier in meinem Kopf, wie ich's ungefähr machen will. So richtig, so richtig ganz genau. Hallo Mausi. Ich hab Feuer gemacht. Achso, ich muss ja hier auch noch die... Das kann ich von oben machen. Dunk. 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 das ganze kommt dann hier hier schwann böses eigentlich schon alle weg die stämme hier oder was ich werde nie klarkommen mit dem bisschen bald was hier ist ja geht schon dass es zu wenig ist so halt mich dass ich wieder das schlagen werde von meinem eigenen baum so Calvin jetzt habe ich hier sammelt gut für dich du kannst sammeln wie im wilder so es wird so schnell zur lichte gehen die ganze material hallo gut dass wir die aufgehoben haben zack 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 okay das ist nur die front gell nur so zur information her das ist schon wird schon mächtig das ding es wird glaube ich zu mächtig aber recht viel höher wird es dann nicht mehr recht viel höher wird es dann nicht mehr ach jetzt habe ich zu früh hingeschmissen also das ist dann der treppeneingang von dem gebäude so ein bisschen so wie Schott's Nüpfenburg, bloß ein bisschen größer sieht das aus hier. Ich muss bloß noch schauen, wie ich die Wände verbastle, dass das dann da... Aha, oh, da muss ich noch ein Zwischending machen. Alter, ich sehe jetzt schon, die Dimensionen werden über meinen Kopf wachsen. Ich glaube, ich mache das nicht als Vollhaus, sondern vielleicht finden die den Hof noch oder sowas. Ganz sicher sogar. Sonst wird das zu üben. Was ist denn da rum? Ist voll oder was? Der ist kaputt. Ich muss mal so ein Reh zerlegen, damit ich dann... Warte mal, ich muss hier noch so ein Ding hinhauen. Okay, genau. Äh, hast du gedacht? Ach. Jetzt hab ich wieder drüben hin. Es wird schon wieder dunkel. Es wird schon gleich dunkel. Oh, die sind alles bei voll. Äh, schlecht. Muss ich mal ein bisschen leer machen, damit der Kellwind hier wieder am Bördegögen ist. Mach's los, oder? Yep. Okay, halb so wild, Kevin. Ach, haben wir noch Platz. Zack. Zack. Okay, das ist schon... ...hoch. Würde man jetzt so sagen, ne? Aber... ...wird noch besser. Wie war das nochmal? Das war hier. Ne, nicht die Granate. Ich leg die Granate weg. Ich glaub, die muss man halbieren, gell? Okay. Genau da halt nicht. Wie viel kann man da machen? Drei Stück? Eins, zwei. Eins, zwei. Bleibt mir bitte so ein Doppelding. Das ist ja auch scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie viel konnte man das machen? Was machst du denn? Nur weil ich im Buch nachschau? Ähm... Alter, da jaulen die Hunde. Drei gehen. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Dann könnten wir, wenn ich jetzt den nehme, dann bleibt der in der Mitte stehen. Und das ist unsymmetrisch. Dann müsste ich's quasi so machen. Hallo? Ich mein, der stimmt ja dann auch. Genau. Hier ist es wurscht. Okay, wie war das? Dann können wir den rausnehmen. Nein? Wieso nicht? Eins. Sollte man noch die hier rausnehmen? Genau. Die müsste man auch rausnehmen können. Gehen hier. Ja, geht nicht? Wegen der Treppe, oder was? Ah, blind. Dann gefällt mir das so nicht. Gut. Gut. Okay, das ist so, man. Und den dann 1, 2, 3 Ja schade, ist ja da nicht symmetrisch Das ist ja scheiße Wenn ich es so mache 1, 2, 3, dann ist der Dann kann ich den 1, 2, 3, was ist da drüben Das ist ja kacke Da hätte ich mehr besser zählen sollen Hier passt es genau Okay, wir gehen erstmal pennen Wo ist denn unser Pennlager? Okay, ich habe nichts mehr zu trinken Das ist schlecht Die ist wahrscheinlich jetzt leer Da muss ich dann bald Neues Stuffie holen Kann man jemanden jagen schicken? Der jagt ja nicht, gell? Okay, jetzt pass auf Wie wollte ich es jetzt machen? Jetzt ist mein Ding weg Weil ich mit dem geschlafen habe, oder? Oh nee, bitte nicht Wo ist das hin? Diese andere Hälfte? Klickt die da vielleicht? Um schlafen? Oh Gott, warum ist das zusammengefallen? Was soll das? Wo ist das Ding? Wo ist mein Flock? Hat es den jetzt weggepackt, oder was? Nein Ich brauche den Jetzt habe ich ungerade Zahlen Verdammt mich doch Sehr schön Sehr schön Wo kommen die her? Wo kam jetzt die hier? Äh, Moment Jetzt mal Auf jeden Fall Ach nee Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen Sehr gut Mit der Muttersäge Anders langsam Da ist noch einer Deswegen Das gibt es doch gar nicht Das wird bald wieder stuff Ach, ich habe nur noch eine Rüstung Ah ja, noch eine Rüstung haben Besser wie nix Zum Essen haben wir nix Hier Bleibt der hier Gibt ja fast gar nichts Natürlich ist Feuer wieder aus Natürlich ist Feuer wieder aus Warum auch nicht Wo liegt der Kerl? Ich kriege es doch gar nicht So schnell kann doch der gar nicht Weckspawren Hä? Ah, liegt er Ah, schön Lass mein Zeug stehen Ist meins da Meine Leichen Schlürft mir einfach die Leichen weg Was soll das? Was soll das denn hier? Was geht denn das Feuer immer aus? Was steht es nicht? Was für einen Sinn macht es, dass es ständig ausgeht? Erwin, mach was, steh nicht rum. Wie steht das so? Die Gartenhase gekillt oder sowas? So, alter, komm wieder zu, nix. Ähm, ich brauch meine Aktion, die war aus. So, gerade wie sind sie, werden sie mir lästig. Hier, brenn. Ich müsste mal ein bisschen jagen gehen, bisschen Fleisch. Kevin, kannst du Fische holen? Hier nicht, weil hier kein Fluss da ist, oder? Hemmel, Stöckchen, Steine. Ja, mach mal ein Stöckchen schnell voll. Okay. Gut. Ich muss nämlich hier ein bisschen tüfteln. Oh, wo ist das? Oh, jetzt kommt... Okay, hier, eins, zwei, drei wäre ich hier. Wenn ich den in der Mitte stehen lasse und, warte mal, das so mache, so, dass es symmetrisch aussieht, mit dem Klamm, den schnappe ich mir wieder und den tue ich dann hier, hier. Dann kann ich nämlich den rausnehmen. Nein, jetzt nicht. Wieso nicht? Vorhin ging's doch auch. Geh jetzt hier wieder rein. Wieso nicht? Vorhin ging's doch, wo ich den da hingetan habe, da konnte ich den rausnehmen. Wieso geht's jetzt nicht? Aha, und aus welchen Gründen auch immer. Ich kann's nicht so bauen, wie ich will, das ist so asozial, ehrlich. Komm, 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 oder wir machen es ganz anders. Wir nehmen in der Mitte die drei raus. Machen wir das so. Jetzt wieder nicht rangehen, zwirbelt. Was man's dann so macht. Eins, zwei. Genau so. Gut, dann krieg ich nämlich den hier raus. Um den hier, jawohl. So sieht's doch gar nicht so schlecht aus. Okay, warte, 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 warte. Ähm. Um Bäume zu sch... Wir sind ja umweltfreundlich. Wir müssen dann doch hoch. Geht das? Mit so einer Schräge. Riecht die hier noch dran gefixt? Ja, mal schauen. Jetzt wird's bisschen kompliziert. Jetzt geht's wieder ans Bäume sparen. Und dass es schöner aussieht. Das Moment... Es wär mal schön, wenn... Hallo, mein Günter. Junge, es haben die echt wieder... Es ist lieber das Feuer brennen lassen und das gemacht. Dann den hier geschmissen. Wie kriegt man eigentlich diese Löcher zu? Das hätte ich vorher gleich mal ausprobieren sollen, bevor ich jetzt hier baue. Also... Da war ich nicht schlau genug. Da war ich nicht schlau genug. Nein, den nicht. Alter. Ach, tja. Immer diese lästigen Hunde. Hey! Wer bist du? Servus! Das ist... Schau mal. Das ist nur der Eingang. Das ist nur der Eingang, Johannes. Konntest dich losreißen. Also... Also das ist nur die Treppe zum Haus. Sieh mal, hier. Bisschen überdimensioniert, aber naja. Muss ich den rausnehmen? Wie geht's dir? Zack, das hat funktioniert. Okay. Okay. Dann nehme ich den hier. Kannst du mir vorstellen, ich bin nur an der Treppe jetzt hier dran. Na, schmeiß es hin! Ähm... Tja... Ich bin nur nicht so... Hab's noch nicht so ganz... Pass auf. Ich wollte den eigentlich halbieren. Nicht... Wir tun... Erstmal was testen, bevor wir hier was halbieren. Äh... Ist schon halbiert? Ah, das geht. Ahja, gut. Dann... Siehst du mein Schloss? Mein... Von vorne sieht schon ein bisschen aus wie Versailles, oder? Aber das ist nur der Treppenaufgang. Da ist noch nichts an Gebäuden. Nur nichts, gar nichts. Ah, dieses Teilen immer. Äh... Schade, das hat alles... So... So, dann den hier. Den hier. So, jetzt Versuch. Wollen wir hier noch... Äh... Jetzt wollen wir weg. So, zack. Tja, da schau's. Mit den Augen. Mit den Augen. Mit den Augen nicht siehst. Warte mal, krieg ich die eigentlich rausgenommen? Die Dinger hier? Muss ich die hier lassen? Ne, muss ich nicht, gell? Das dachte ich mir nämlich fast. Ein bisschen... Ein bisschen Holz sparen. Nachhaltigkeit. Jetzt Versuch. Dann kommt das da hin. Krass, oder? Dass das nur der Eingang ist und ich hab schon den halben Ball abgeholzt. Hier hab ich mein Lager. Bisschen so Lagerzeug. Calvin, der muss natürlich schuften für mich wieder. Die alte ist wieder hier. Ballert alles weg. Das find ich auch ganz gut. So. Bist ihr gespannt, was ich mach, he? Ich bin selber gespannt, was ich mach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch weggekommen. Oh ja. Und den? Oh, das ist ja toll. Das gefällt mir. So, jetzt haben wir hier das Geländer. Sehr schön. Genau so wollte ich's. Nein. Nein. So wollte ich's nicht. So wollte ich's. Hey, guck einmal. Hä? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Dann brauch ich ja den hier auch nicht, oder? Ja, genau. So, Constructions. Halt, da fehlt noch was. Hier. So. Gut. Das andere bleibt dann mal so. Obwohl, die hier brauch ich daran auch nicht, oder? Spang ich mir doch. So. Und? Ah, da hast du kein TS, oder? bei deinen Leuten. Ach, die sind bei dir. hier. Ich dachte, du bist zu ihnen gefahren. Magst du jetzt kommen, oder eher nicht? nicht. So. Ah, da brauch ich keinen. Da brauch ich noch. Ich bin schon wieder dunkel. Hey, die Zeit vergeht so schnell, wenn du baust. Das ist Wahnsinn. Jetzt warte mal. Kann ich die eigentlich? Ne, das will ich schon so haben. Okay. Okay. Jetzt aufpassen. 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 Hier. Okay, den kann man nicht rausnehmen. Der braucht man zur Stütze, gell? Den hier. Der geht. Der geht auch. So. Und so. Oh, das nimmt schon langsam. Ohr, Mann. Da sagst du nichts mehr. Wie findest du? Bist du schon drinnen? Okay, warte. Dann komme ich auch. Machen wir schon Pause. Haben wir Pause gemacht, aber wir machen das nächste Video dann wieder. Danke. Übrigens MTS kurz. Das ist der Johannis. Servus, grüßt euch. Also, ciao mit au.